herzlich willkommen zu der let's play faktorio hier müssen wir uns jetzt gedanken drum machen also das muss weg das muss anders das muss anders die kann eh weg ist bullshit das muss weg sonst müssen wir hier so ein bisschen mit tunnels arbeiten das hier könnte man aber ein bisschen hier ist gar keine mauer so dann müssten wir halt mal beigehen und sagen wir zwar hier noch eine hinsetzen so naja auch einfach etwas reichen sollte das eigentlich reichen wir haben ja auch hier immer noch diesen flammenwerfer das problem ist dass ich hier die flammenwerfer einfach nicht ganz an den rand gesetzt habe deswegen stört das aber weil wir gar keine haben immer mal ganz kurz den und das und das und das und das das und das und das einfach mal ganz kurz weg setzen dann hier einen hin da ein hin und jetzt einfach da ein nehmen wir nämlich gehen weg den weg den weg gehen weg neben uns die machen den weg den machen wir ein kürzer machen das so setzen dann so nehmen wir uns den ein echt leider nicht so setzen das bist der ist natürlich richtig schlau gesetzt so jetzt sind den dann dazwischen dann wird der so kommen dann wird der so kommen den so dann der ja so und dann würden wir den hier ein kürzer setzen ein kürzer setzen nämlich so es überall den gleichen fehler auch gemacht das ist nicht miteinander verbunden muss ich mal ganz kurz machen setzen wir den halt so den kürzen wir anders so dann haben wir das schon mal wieder miteinander verbunden da muss ich dann einen alten tunnel oder sowas bauen also da guck ich dann hier habe ich wieder so richtig schlau gebaut das kann weg kann weg der muss weg das muss dann so der muss dann so 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 das und das muss so boah das das so der muss so das können wir so lassen dann muss ich den da Können wir den nehmen. Den so setzen. Den so. So. Jetzt haben wir genau alles angeschlossen, so wie es vorher auch war. Außer, dass mich der Kram nicht abfuckt beim Bau. So. Richtig. Da muss der weg. Da muss ich dann halt rauskommen. Der muss weg. Hier einsetzen. Den habe ich nicht miteinander verbunden, deswegen hat der da keinen Strom. So. So. Dann bauen wir das so. Und eigentlich, wenn ich dem jetzt die Munition klaue, legt der rein. Richtig. Durch den. Funktioniert. Mal schauen, schenke ich dir. So. Der muss weg. Jetzt kommt das Problemkind hier unten. Weil das ist wirklich ein Gewurschtel. Zum Beispiel diese hier. Den brauche ich eh nicht. Das ist so ein Bullshit, der. Aber wie soll ich den hier nachher rauskriegen? Naja, gut. Probieren wir hier. Der kann weg. Der muss bleiben. Der muss weg. Der muss weg. Okay. Da versuchen wir, das irgendwie so hinzukriegen. Da müssen wir mal gucken. Gut. Weiter geht's. so leider das ja auch mit dem tunnel nicht ich komme nicht an den an den strommasten habe ich nicht die die ich nicht angekommen stellen wir den halt dahin und dann so du bist ja auch völlig falsch du bist auch falsch auch platzieren wir die halt neu so so und so gelbe jetzt sind die auch miteinander verbunden alle das funktioniert nicht da muss ich mich jetzt irgendwie durchquetschen weil über das wasser können sie ja nicht kommen dass ich gucken wie ich hier rauskomme na muss hier hin dann hier durch ok wir nehmen das weg ja nur ganz kurz und dann müssen wir hier durch und dann da oben hin nur so ganz gehen und ob ich hier dran dann komme das wäre eigentlich schon ziemlich episch und jetzt muss ich hier halt wirklich versuchen mit tunnel zu machen so es geht sogar auch ein auch ein bisschen länger augenmaß ist da heute ich will hier schon hochgehen ok jetzt muss ich sowieso so gehen dann muss der weg hier muss ich dann so machen weil es ja nicht anders ging wegen dem wasser ist echt viel ne also ich muss ganz ehrlich sagen das war echt viel materialien was man die forschung ist auch schon wieder fertig was wir da jetzt durch gekloppt haben am materialien fand ich eigentlich ziemlich ok was ich nicht so ok fand war wirklich die zeit die ich da drin jetzt verbracht aber ne also die ist wirklich hart wir bauen halt alles um und ja warum soll es nicht cool sein sollen machen wir mal lieber weg dass ich sehe wo ich war munition wegbringen forschung gucken rakete ist nämlich fertig ähm irgendwas was ich dem geben kann ja hier schenke ich dir mal den nämlich bei mir reinmachen den dann da reinmachen und starten ähm den können wir rausnehmen da dann reinmachen eigentlich nimmt er sich der benzin ok da ist jetzt gleich der nächste dran warum auch immer das jetzt so schnell ging aber war halt so rakete ist weg ja das war leer also man muss wirklich sagen unsere forschung war leer hier draußen die leute sind so extrem laut ich muss gleich fenster zu machen wie viel braucht der denn von den emulatoren 100 warum legst du denn so viel rein du musst auch benzin nehmen mein freund gut ich will jetzt mal gucken ich glaube ich habe mich immer selbst benzin reingelegt immer war das schon 200 jetzt nimmt er benzin alles klar gut soll er ja auch aber das ist jetzt sowieso nur einfach wahllos durchballern weil die davon haben wir eindeutig genug so auch nicht schlecht ne ging zucken ok die zuck ähm ich finde wir hauen lasergeschütztürme benutzen wir ja nicht weil das ist so ein übelster 8000 4000 na nö ist klar ne schrotpatronen bullshit panonen munition weiß kann ich für welchen das das ist für den panzer wahrscheinlich ne kompombe kompombe begleiter roboter zwei kommen wir hauen das einfach raus kompombe fertig damit sage ich vielen dank bis morgen tschüss